Eieieiei Eieieiei Here we go! Geil Uwe Guck mal wie süß sie hier am schlafen ist Leute Keine Freunde, Livestream ist jetzt online vor dem Champions League Finale Zocken wir noch ein bisschen Fall Guys auf ganz entspannt Mal gucken, ob wir heute den nächsten Win holen werden Swipe nach oben, kommt auf Twitch vorbei, wird auf jeden Fall nice werden Freunde, heute beginnt das große Champions League Finale Und passend dazu habe ich für euch eine sprudelige Erfrischung am Start Und zwar gibt es eine Kooperation zwischen Pepsi, der UEFA und dem Sodastream Und da werden wir jetzt was richtig geiles anmischen, das zeige ich euch Let's go! Also nehmt euch ganz normales Leitungswasser bis zur Markierung Dann, ganz easy, packt ihr das hier rein Zack, befestigt das und je nachdem wie viel Sprudel ihr wollt, drückt ihr 3, 5 oder 8 mal drauf 1, 2, 3, 4, 5 So, als letztes nehmt ihr dann den Sirup Füllt den bis zur angegebenen Menge rein Je nachdem wie süß man es haben will Ich mach jetzt einfach mal bis zur Hälfte Dann nehmt ihr das Ganze und packt das in euer besprudeltes Wasser Und Es gibt auf jeden Fall noch ein Gewinnspiel bei meinem Feedpost Checkt das auf jeden Fall mal aus Und wenn ihr zum Produkt wollt, swipet einfach mal jetzt nach oben Ich wünsche euch allen auf jeden Fall einen geilen Champions League Abend Viel Spaß Tag zu Thiago Frank, 1-0 Jetzt wird's spannend, die letzten 30 Minuten